So, jetzt denken es bestimmt alle, was ich mehr machen möchte. Ich brauch Papier. Jetzt sag doch mal, was willst du machen? Du musst es erraten. Vorher sag ich es dir nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was es so alles gibt. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir gedacht hab. Ich entleere mich erst mal etwas. Ich bin so aufgeregt gerade. Wie in dem ganzen Kram. So. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich unsere Tradition nicht vernachlässigt. Das heißt, es gibt natürlich auch Weihnachtsmusik wieder. Yay. Das war der Fall. Die ich nicht höre. Vielleicht dessen macht man das weiter. Hoターَ heavy inhabit We wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas hoã Cannwal We wish you a merry Christmas We wish you a Merry Christmas So, jetzt schon mal fürs neue Jahr, kommst du mal kurz her? Ah! Das ist besser bei Nacht. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir sammeln mal Lava und dann gießen wir uns mal ein Tor. Hm. Äh, haben wir Kakteen? Oh, wir brauchst du jetzt schon wieder Kakteen? Und ja, haben wir. Das freut mich. Also, ich baue weiter im Haus. Ich muss mal kurz abwarten. Kakaobohnen. 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 Komm jetzt, hopp, los, was soll ich denn, ich denk du wolltest Dafa holen, nicht du, so, sag das doch. Ich experimentiere hier gerade mal so etwas, hab ich mir schon fast gedacht. Oh, es ist sehr dunkel, da ist ein Creeper im Brunnen. Äh, mein Brot fehlt mir noch, oder? Ach ne, Kartoffeln hab ich noch gehabt, ein halbes Deck. Gebratene Kartoffeln. Ah ja, davon hab ich ein paar. Wo bist du? Hier ist dein Pferd, warte. Ja, ich kann auch dein Pferd drauf. Ah. Alter, ich brauch das. Ich hab keinen Bock, Karotten zu essen. Wo muss ich jetzt wohl? Ich bin unterwegs, aber nur noch, wie ich unbedingt willst, wissen du. Ah. So. Äh, komm mal. Wollen wir aufs Dach gehen? Ja, komm mal mit aufs Dach, wollte ich grad sagen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Bestimmt nicht. Doch. Mach doch einfach ganz viele. Ich hab nur zwei. Toll. Weißt du, wie arschteuer das ist? Ja. Oder? Ne, nicht mehr. Ich kann auch welche machen, ja. Oder das ist von Karten. Mach ich acht Raketen. Wenn das Schwarzbrübe dafür noch ausreicht. Und Zuckerrohr brauchen wir noch. Ich will mal kurz was gucken. Wie das gemacht wird, oder was? Mhm. Okay. Ich muss das mal kurz machen. Und das, das, das. So. Alles klar. Hehehe. Hallo. Das wird jetzt nichts. Ich brauch nämlich neun. Aber. Egal. Äh. Ja. Papier hab ich da. Das sind fünf. Komm schon. Einen noch. Yes. Oh. 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 Obi. Oh. Kommst du mit raus, oder was machst du gerade? Ich guck grad. Fernsehen. Das geht doch gar nicht, ey. Ich geh mal nach oben. Und nehm' meinen Bogen mit und schieß' ein paar Monster ab. Jetzt bin ich mal bei... Jetzt bin ich mal bei der Bogentyp. Alter. Alter. Volldefette Slime hier. Und wir müssen gleich mal rausgehen, Monster fighten, weil ich brauch dringend Schwarzpülper. Aha. hast du noch ein bisschen schwarzpulver ich brauchte ich brauche ja was ich habe nichts mehr er kann ja sein dass du nur wenigstens noch ein bisschen was hast kommst du mal hoch aufs dach ich kämpfe hier unten auf dem balkon ich will raketen ich habe noch acht stück machen wir gut ja hätte ich jetzt auch gesagt ja da müsst ihr auch ein bisschen warten bis zum silvester special wird auf jeden fall kommen ja außer wenn ich mir beide arme gebrochen aber nicht aufnehmen kann wer trotzdem kommt okay ich nehme mir mal aus wenn du was zu essen mit so denn das ist wir sollten die schweine ausleuchten das bohren nämlich mal monster ich habe hierhin schon creeper gesehen man sieht ob die da ob die noch da sind die kreiber ach da ist es dann gehe ich da mal hin und da ist noch ein slime und hexe 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 creeper meiner warum ist bei einer hexe man creeper haben sich gerne hören noch ein kreiber sehr gut ich brauche lieber slime der tut mir wenigstens nicht so weh wie die hexe alter die hat mich zweimal abgeworfen ich bin schon wieder fast tot alter jetzt waren auch eine spinne die zombies kommen weiter zu mir und da schießt er ins geld auf mich ich habe mich gerade so weg gebogen mit meinem körper weil ich den pfeil ausweichen wollte ich bin der schief auf dem stuhl rum ich gehe mal in die andere richtung